Schön, dass ihr reinschaut bei TweakPC. Heute bei uns der Anamax ETS-T50X, ein Luftkühler für 36 Euro, 140mm Lüfter, dezentes schwarzes Design, soll extrem leise sein, auf alle gängigen Sockel passen und ich würde sagen, wir schauen uns an, was der Kühler so kann und ob der vielleicht was für euer nächstes System ist. Geliefert wird der Anamax ETS-T50X in dieser schicken Umverpackung hier. Dazu gibt es ein kleines Zubehörpaket mit Montageanleitungen, sämtlichen Montagebügeln, sowie eine tube Wärmeleitpaste und auch im Lieferwagen enthalten dann der 140mm Lüfter mit zwei Lüfterklammern. Ein zweites Paar Lüfterklammern findet man hier nicht, braucht man aber bei dem Kühler auch nicht, denn auf der Rückseite verfügt ihr über ein besonderes Extra, das wir uns gleich gesondert noch ansehen werden. Der Kühler passt ansonsten auf sämtlich gängige Sockel, AM4, LGA 1151, 2011-3, 2066 etc. Also je nachdem, was ihr für ein System zu Hause habt, könnt ihr den Kühler dann problemlos darauf montieren. Der eigentliche Kühler bringt dann 870g auf die Waage und ist mit 16,3cm im Vergleich zu anderen Mitbewerbern etwas höher ausgefallen, das heißt für euch, ihr müsst auf jeden Fall vorher nachmessen, ob der bei euch ins Gehäuse reinpasst, denn bei kompakteren Gehäusen kann es dann sein, dass der Kühler am Seitenteil anstößt und das will natürlich keiner haben. Der Kühler ansonsten ist als Einzelturmkühler konzipiert, er verfügt über 54 Lamellen, die alle schwarz beschichtet wurden, wie auch die kompletten Komponenten des Kühlkörpers. Dann setzt man auf 6 mm Kupferheatpipes das ganze HDT, also Heatpipe Direct Touch unten an der Unterseite, somit direkter Kontakt zur CPU, wo die Wärme dann an die Lamellen abgegeben wird. Eine gesonderte Deckelplatte gibt es jetzt bei dem Kühler nicht, die letzte Lamelle nach oben bildet quasi auch den Abschluss und wie ihr seht, auch die Heatpipe Enden sind dann relativ nett abgeschlossen. Und eine Besonderheit, die der Kühler bietet, das muss man heutzutage ja quasi fast schon erwähnen, er verfügt über keine RGB-Beleuchtung, er ist schwarz und dezent. Also auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt eine Kirmesbude im PC möchten, sicher einen Blick wert. Betrachtet man sich den Kühler von der Seite, dann wird das asymmetrische Design sichtbar, somit habt ihr bei den allermeisten Mainmots überhaupt keine Probleme mit hohen Arbeitsspeicherregeln, die können meistens beliebig hoch sein, also das ist ziemlich cool. Weiter entfällt uns von der Seite auf, die Lamellen an der Seite sind geschlossen, das soll den Luftstrom steigern, dass ihr eine bessere Kühlleistung erhaltet. Und wenn man sich den Kühler jetzt noch von der Rückseite betrachtet, dann fällt einem natürlich der sogenannte Air-Guide ins Auge. Was ist das jetzt genau? Nun, damit könnt ihr den Luftstrom, der aus dem Kühler rausströmt, ein bisschen ausrichten, das ist besonders interessant. Wenn ihr den im Gehäuse eingebaut habt, euer Hecklüfter ist ein bisschen wahlweise versetzt oben unten, je nachdem was ihr für ein Case habt, kann das schon mal vorkommen. Dann könnt ihr den da ausrichten, interessantes Feature. Und das soll eben auch noch ein bisschen mehr Kühlleistung bringen. Was darf beim Kühler nicht fehlen? Ganz klar ein entsprechender Lüfter und der ist ebenfalls aus dem Hause Anamax hier. Das ist der AF-T5014, also 140 mm Lüfter. Drehzahlbereich 500 bis 1000 Umdrehungen, angeschlossen per PWM mit einem schwarzen Kabel. Zudem ist der Lüfter an den Ecken jeweils mit kleinen Vibrationsdämpfern ausgestattet, wo er dann auf dem Kühler aufliegt. Also auch Vibrationen sollten hier dann nicht übertragen werden. Die Montage des ETS-T50 geht relativ einfach von der Hand, sollte keinen für größere Probleme stellen. Bei einem AMD-System müsst ihr das komplette Retention-Modul entfernen. Schnappt euch die Multi-Backblade mit den entsprechenden Bügeln und dann könnt ihr den Kühler da auch problemlos montieren. Arbeitszeit 5 bis 10 Minuten circa. Was ihr beachten müsst, ihr müsst den Lüfter demontiert haben für die Endmontage, sonst kommt ihr nicht an die Schraube dran. Und ihr braucht ein bisschen einen längeren Schraubendreher, um die letzten Montageschrauben dann zu fixieren. Und ihr solltet auch darauf achten, dass ihr mit dem Schraubendreher nicht allzu doll rumdreht, sonst könntet ihr nämlich den Lack des Kühlers beschädigen. Bei Intel-System funktioniert das Ganze quasi fast genauso. Ihr schnappt euch natürlich andere Bohrungen in der Multi-Backblade und auch hier 5 bis 10 Minuten sollten hier passen. Und ansonsten gibt es an der Montage nichts groß auszusetzen. Kommen wir zum Thema der Kühlleistung. Das ist immer besonders interessant bei einem Prozessor. Der ETS-T50X schlägt sich hier grundsolide, gibt es nichts groß dran auszusetzen. Aber aufgrund der Silent-Ambition hat man natürlich einige Abstriche bei der Kühlleistung dann in Kauf genommen. Und so könnt ihr hier im Diagramm sehen, wo er sich dann im Vergleich zu Konkurrenzprodukten da positioniert. Er ist als Silent-Kühler ausgelegt und das sieht man auch ganz klar bei den Lautstärkemessungen. Der Kühler ist wirklich sehr, sehr leise. An der Lautstärke gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Die konkurriert hier auch mit größeren Größen wie zum Beispiel den Alpenfön Brocken 3. Also wenn ihr was besonders leises sucht, dann unbedingt einen Blick auf diesen Kühler werfen. Was darf nicht fehlen? Wir haben natürlich auch wieder einige Wärmebildaufnahmen vom Kühler völlig angefertigt. Und die könnt ihr euch hier auch mal in Ruhe ansehen. Was ist unser Fazit zum Anamax ETS T50X? Nun, für 36 Euro bekommt ihr hier einen sehr, sehr leisen CPU-Kühler mit einer schicken und dezenten Optik. Wenn ihr keinen Wert auf RGB-Kirmes legt, dann solltet ihr einen Blick auf diesen Kühler werfen. Kühlleistung ist grundsolide, gibt nichts dran auszusetzen. Aber aufgrund dessen, dass der Kühl natürlich für Silent-Freunde ausgelegt ist, muss man Abstriche bei der Kühlleistung in Kauf nehmen. Er lässt sich außerdem sehr einfach montieren. Die Montageanleitung könnte, wie gesagt, ein bisschen überarbeitet werden. Da gibt es zum Teil so ein paar kleine Hagler drin. Weiterhin auch, ihr habt hohen Arbeitsspeicher und wollt den weiter nutzen, auch dann ist der Kühler hier was für euch. Denn bei den meisten Mainboards, wir gehen jetzt hier von Micro-ATX und ATX aus, sind die RAM-Slots komplett frei. Sprich, da könnt ihr auch ganz hohen Arbeitsspeicher problemlos einbauen. Der 140mm-Lüfter hier drauf finde ich auch ziemlich cool, deshalb ist der Kühler auch so leise. Optisch der R-Guide, hm, kann man sich drüber streiten, ob man das jetzt braucht, wenn er euch gar nicht gefällt, dann könnt ihr ihn auch abmachen. Grundsätzlich ist das eine nette Idee, wenn ihr das Teil in einem Gehäuse einbaut und ihr habt sowieso kein Sichtfenster drin, dann könnt ihr ihn natürlich entsprechend auch dran lassen. Also, für leise Dreher und die es dezent mögen, 36€ kostet der Anamax Kühler. Werft einen Blick drauf und wir bedanken uns natürlich, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns ein Abo da lasst, einen Daumen nach oben und auch die Glocke nicht vergessen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video von uns gibt. Ich bin der Jan, danke, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Kühlertest bei TweetPizze. Kühlertest bei TweetPizze Kühlertest bei TweetPizze Kühlertest bei TweetPizze